Hallöle Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Minecraft Games. Heute zusammen mit Oho. Hi! Heute, wie ihr sehen könnt, ist alles ja farbenfroh, jetzt wurden wir tippet. Wir spielen nämlich Spleak. Zwar ge... ähm... Ich vergesse immer die Spur, was ich sagen wollte. Hä, ich kann irgendwie nicht schießen. Bin ich unsichtbar? Ich kann nicht schießen. Oh nein, ich bin weg. Was zu... Ah! Ich auch. Jetzt kann ich nicht schießen. Das hat geleckt bei mir. Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin gleich zwei Ebenen runtergefallen. Bist du ganz unten? Ja, Ocelot has been on. Ich stolper in ein Loch. Ist das glaubwürdig? User in your channel time down. Oho ist rausgeflogen. Na toll. Ja, da hat Oho... Wieso falle ich immer noch? Bist du auch tot? Hä, ich dachte, du hattest grad ein Disconnect. Nuh-uh. User in your channel time down stand da. Ja, da ist, äh... Irgendjemand geschäumt. WTF? Äh, bei mir im TS heißt du... Irma 2000 und da noch ein Eins dran der Hang. Ja, aber wahrscheinlich bin ich rausgeflogen und dann wieder connected. Das kann ja auch... Aber jetzt hast... heißt du anders. Bei mir ist grad extrem... Was ist die ganze Zeit da? Na egal, jetzt bin ich eh wieder da. Bist du auch gestorben? Nee, ich bin wieder nach oben tepetet worden. Ah, es ist seltsam. Wahrscheinlich, weil du so geleckt hast. Höfe, ich will nicht runterfallen. Worauf schießt der? Ich hab wirklich noch keinen Unterbeförder. Ach, kommt schon. Einen von euch muss ich doch erwischen. Äh. 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 Nein, jetzt bin ich runtergesprungen. Wieso laufe ich auch weiter? Egal, jetzt können wir Schleischab machen. Oder einfach den Schleimball drücken. Bist du jetzt wiederzusehen? Nee, immer noch nicht. Nee. Okay, dann gehen wir mal in die Lobby. Oh, der Server ist voll. Du musst in eine Lobby gehen, die nicht so voll ist. Okay. Ähm. Mal schauen, die muss aber trotzdem noch voll genug sein. Kleine technische Probleme. Da. Okay, bin drin. Rote mal für irgendeine Map. Wenn ich du wäre, würde ich Schokolade nennen. Ne. Schokolade ist witzig. Die hat ganz viele Ebenen. Da fällt man eigentlich schwerer runter. Okay. 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 Nein. Jump'n'Runs, wie ich Leitersprünge hasse. Oh, kommt da natürlich. Bin ich so weit gekommen? Ich komme ja nicht mal auf die Leiter. Und willst du denn hier weiter? Egal, jetzt geht's los. Nicht runterfallen vom Podest. Bin ich schon. Hier kann man wieder hochspringen. Ich kann immer noch nicht schießen. Und was ist denn das für ein BTF? Der ist runtergefallen. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Was ist das? Ich falle mich selber nicht runter. Kann auch irgendwie nicht schießen. runter. Runter. Warte doch jetzt. Jetzt wieder. Jetzt geht's. Nee, immer noch nicht. Und ich war ein bisschen buggy. Ich hoffe, das löst sich bei mir noch. Ich kann nämlich gerade gar nichts. Jetzt scheint's zu gehen. tock. Prozent bei mir leckts extrem was ist das nur Ah das ist der Anfang bei dir Bist du schon wieder runtergefallen? Oh, ist mal... Hä? Was ist denn jetzt los? Disconnected vorm Server? Was geht denn jetzt ab? Ich bin noch da. Meine Urte ist noch gerade reingekommen. Ich bin vorm Server disconnected. Bei mir nicht. Ich bin eigentlich noch drauf. Ich bin rausgeflogen. Oh. Scheinst du mir wieder hinterher? Okay. Wirklich schwer, da hochzukommen. Vorhin habe ich es geschafft. Oh, da wusste ich nicht weiter. Also da lang. Dann wird es wahrscheinlich da hoch. Ich springe einfach mal gerade runter. Ach, come on. Kommt man da auf den Trichter? Obwohl da ein Block drüber ist? Ach nee, da ist noch eine Leiter. Habe ich auch was gesehen. Wieso springen die alle? Da muss irgendwas sein, wenn die alle hier hinspringen. Hier hochspringen. Oder einfach nur Zeit vertreiben. Geht mal weg, ich will springen. Gibt sicherlich noch so eins. Verdammt. Ne, hier nicht. Da nicht. Aris, spring hier einfach mal. Ah, ich habe es hoch geschafft. Ich habe es auch irgendwo hoch geschafft. Bin gerade wieder runtergefallen. Und jetzt? Woher jetzt hin? Nee, hier geht es auch nicht hoch. Egal, gleich fängt es an. Nein. Mist. Ich weiß so lang. Weil ich nur unterhalb bin. Oh, du stehst sogar neben mir. Schieß dich sofort ab. Oh. Jetzt geht alles wieder. Jetzt nicht mehr. Hilfe. Oh, du sollst nicht mich abschießen, sondern die anderen. Du hast doch selber gesagt, wir sind ein Team. Mach mich auf. Schieß einfach. Ja, die Meni quer kommen. Hilfe. Ich bring noch runter. Beim Elekz halt des Todes. Beim Elekz halt des Todes. Das kann doch ein Standardspruch sein. Ich bleibe jetzt einfach nur an einer Stelle stehen. Der ist unfair. Bei mir leckt es und bei euch nicht. Der kann ich euch auch nicht so einfach runterschießen. Ich habe schon ein paar Schießskills. Ich könnte locker einen von euch runterschießen. Naja, vielleicht nicht locker, aber ich könnte einen von euch runterschießen. Nein. Ich bin raus. Tod. Wo bist du? Ich lebe noch. Auf der untersten? Auf der untersten? Mhm. Ich sehe dich da. Du versuchst gerade wegzurennen. Nein. Jetzt ist es runtergefallen. Ja. Okay, und die letzte Runde des Tages? Die vierte Runde wäre das doch. Ja, aber trotzdem. Die Runden waren so kurz. Ja, die Runden sind ein bisschen kurz. Wieso kann ich da jetzt nicht rein joinen? Ah, es leckt bei mir so sehr. Wie viele FPS? 20 FPS nur. Ach komm, dann müsste ich trotzdem irgendwas drücken können. Egal, dann gehe ich in eine andere rein. Okay, da. Join mir mal hinterher. Ich bin da. Keine Ahnung, warum ich dich nur hier sehe. Ja, weil da sonst alles voll wäre in dem großen Hopp. Wäre nur manche angezeigt. Aber doch sicherlich die Freunde. Nö, anscheinend nicht. Ich gehe einfach wieder runter. Verdammt. Wow. Nein. Ich habe einfach so die besten Jump'n'Run-Skills auf diesem Planeten. Mist, ich bin mir aber doch nicht runtergefallen. Das ist voll schwer. Eigentlich sind Jump'n'Runs nicht gerade so schwierig für mich, aber ich hasse diesen verdammten Eck-Jump'n'Run. Ja, weil die schwer sind. Wie ich finde. Da oben musst du erst mal rätseln, wie man überhaupt weiterkommt. Und der letzte Raum von Erde in euren großen Jump'n'Run nervt auch. Was? In euren Adventure. Welches denn? Der letzte Raum in Erde bei dem Vierer Adventure. Ach so, das. Ja, den kann ich auch nicht. Davon werde ich wahrscheinlich auch mein Video machen, damit ihr versteht, was ich meine. Ja. Was, das dauert 300 Sekunden, es sei denn, es joinen mal ein paar Spieler. Ach kommt schon, joint auf den Server. Wir sind mit die einzigen auf dem Server. Auf dem TS, meine ich. Das Blöde ist, dass halt ein Block über dem Kopf ist, dass man nicht hochspielen kann. Man kann nicht mal hochspringen. Deswegen scheitere ich immer dran. Toll. Man kann ja über einen Block Luft drüber laufen. Das weiß man ja schon ewig. Ach so, wenn man da rüber rennt. Wenn man da rüber rennt. Ja. Ja. Ich seh nichts, weil die Leute da vorstehen. Und in einem drin. Okay, jetzt dauert es mir noch 60 Sekunden. Ich hab 700 Punkte in Spleef, wirklich. Wieso hab ich 700 Punkte? Ich hab 260. Das ist das erste Mal, dass ich Spleef, äh, Spleek, ähm, auf Hype spiel. Oder wenigstens Spleef. Oder wenigstens Spleef. Ne, das ist, das ist, das ist, das ist Spleek mit X. Da sagt man, ähm, sagt man Spleek, Spleek oder was, was war das? Spleef, Spleef ist doch was anderes. Da wirft man nicht mit Eier. Da, da, äh, schaufelt man nur den Boden weg. Ach so. Und weiß Spleek, wirft man Eier. Das heißt Spleek. Egal, wenn ihr wisst, wie das geschrieben wird, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. So wie das geschrieben wird, weiß ich. Ich meine, wie man's aussprechen soll. Oho springt einfach mal sofort kopfüber, ach ne, die steht ja da. Hilfe! Es leckt, es leckt. Ja, ich hab's runtergekickt. Nein, ich bin selber runter. Nein, noch ne Ebene. Bin ich jetzt auch noch die letzte Ebene, dann werd ich wütend. Jetzt bin ich sogar noch unter Oho. Nein, ich fall auch, ich spring auch noch in riesiges Loch. Ich bin so dämlich. Ne, doch nicht, es hat geleckt. Juhu, ich bin wieder oben. Okay, okay. Es leckt einfach so der, aber ich werd das Video wahrscheinlich trotzdem hochladen. Ist einfach mal witzig, wie man... Äh, nicht da runterrennt. Irgendwie, ich komm was, weil der Schätzer... Hilfe! Ich schieße nicht mal auf jemanden besonders. Boah, ich hab den da hinten abgeschossen. Hilfe! Jetzt bin ich tot. Ich bin noch auf der mittleren Fläche als Einziger. Ich bin gestorben. Und jetzt guck ich dir mal zu. Da bist du, du kannst dich nicht irgendwie runterschmeißen. Warte, ich baue den Block unter dir ab. Äh, kann ich gar nicht. Ich block hier deine Eier, die du schießt. Äh, kann ich auch nicht. Das wär auch gemeint. Jetzt ist der beste, der noch da ist, oder? Nee, da hinten ist noch einer. Da hinten sind noch zwei gewesen. Jetzt ist da noch einer. Der ist unsichtbar. Jetzt ist er wieder sichtbar. Und Oro schießt ihn die ganze Zeit durchgehend mit Eiern ab. Wirklich? Oro, lass ihn eine Chance, dich runterzuschmeißen. Jetzt kämpfst du auf seiner Ebene. Wer gewinnt? Nein. Ja. Natürlich, ja. Mann. Egal wie sehr Oro versucht, sie wird es weiter. Es ist weiter. Irgendwann hin. Best Shooter ist Farmer Ozolot. Du hast 466 Eier geschossen. Aha. Ich hab die ganze Zeit einfach nur geschossen. Okay, Leute, das wär's mal wieder mit Minecraft. Nächsten Mittwoch kommt eine weitere Folge. Ich hab gerade aus Versehen mein Dings, mein Aufnahmeprogramm geschlossen. Ähm, ja, es ist wieder an. Also nächste Woche Mittwoch kommt eine weitere Folge Minecraft Games. Und ich sag tschüss. Tschüss.